Hallo, ich bin Nina. Mein Gott, in Natura bist du noch viel schöner. Danke. Es ist für den Winter voll ausgestattet, sodass man das Anwesen nicht verlassen muss. Der nächste Nachbar ist 20 Meilen entfernt. Fühlst du dich nicht einsam hier? Jetzt nicht mehr. Ich habe einen Geist gesehen. Er hat gesagt, Karl will uns ganz böse Dinge antun. Ich wollte nur wissen, ob wir uns einig sind. Wenn nur wir drei ohne etwas zu essen in diesem großen Haus gefangen wären, würdest du mich umbringen und dann verspeisen um Daschas Willen. Was willst du denn tun, Nina? Ich bin ein ehrenwerter Mann und was bist du, was glaubst du? Aber ich kann dich nicht gehen lassen. I thought weiss? Da, da! Dasab! Andrew! Dasab! Dasab. Dasab! 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 Untertitelung des ZDF, 2020